Herzlich willkommen bei Ihrer Tischlerei Riese in Glahndorf bei Osnabrück. Seit 1933 steht unser Familienbetrieb für Service und Qualität nach Maß. Wir legen Wert auf eine persönliche und ausführliche Beratung. Schauen Sie sich vor Ort unsere Ausstellung an und lassen Sie sich von unseren hochwertigen Zimmertüren, individuellen Möbeln und vielem mehr inspirieren. Wir bieten ein weites Leistungsspektrum und übernehmen auch Sonderanfertigungen. Unser freundliches Team richtet sich nach Ihren Wünschen und fertigt ganz nach Bedarf für Ihren perfekten Wohlfühlraum. Tischlerei Riese plant Ihren Auftrag bis ins kleinste Detail. Wir stehen für eine sorgsame Verarbeitung und hervorragende Materialien. Das ausgewählte Holz wird passend zugeschnitten und verleimt. Jeder Schritt wird mit Sorgfalt und Präzision ausgeführt, damit Sie Ihr individuelles Schmuckstück erhalten. Unsere Anfertigungen verschönern jeden Raum. Unser Familienunternehmen in dritter Generation steht für natürliches Wohnen mit robuster Qualität. Wir nutzen ausgesuchte Hölzer, die wir beim örtlichen Holzhändler auswählen. Auch für gewerblich genutzte Räume fertigen wir Möbel nach Maß. Von Arbeitsplatzlösungen für das Büro bis hin zur Praxiseinrichtung. Nutzen Sie jeden Zentimeter Ihrer Räumlichkeiten perfekt mit passenden Holzanfertigungen. Unsere Firma arbeitet mit Herz und Leidenschaft für das Tischlerhandwerk. Erfüllen Sie sich Ihre individuellen Wohnräume mit Tischlerei Riese in Glahndorf bei Osnabrück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017